In diesem Video möchte ich Ihnen näher bringen, wie sich der globale Wandel auf Naturgefahren auswirkt. Was ist dabei in diesem Kontext unter globalem Wandel zu verstehen? Es gibt mehrere Definitionen von globalem Wandel. Laut des International Geosphere and Biosphere Program bezieht sich globaler Wandel auf planetarische Veränderungen im Erdsystem. Vollständiger beschrieben umfasst der Begriff globaler Wandel aber noch viel mehr. Planetare Veränderungen der atmosphärischen Zirkulation, darüber hinaus aber auch Veränderungen der Ozeanzirkulation, des Klimas, des Kohlenstoff, Stickstoff und des Wasserkreislaufs sowie anderer Kreisläufe. Des Weiteren Veränderungen des Meereises, Veränderungen des Meeresspiegels, von Nahrungsketten, der biologischen Vielfalt, sogar Veränderungen der Umweltverschmutzung, der Gesundheit, der Fischbestände und mehr. Die menschliche Zivilisation ist heute ein großer Treiber des globalen Wandels. Daher umfasst der Begriff globaler Wandel Bevölkerung, Wirtschaft, Ressourcennutzung, Energie, Entwicklung, Verkehr, Kommunikation, Landbedeckung und Landnutzung, Urbanisierung und Globalisierung. Es wird hier deutlich, dass das Themenspektrum des globalen Wandels auch sozioökonomische Aspekte umfasst, wie die Veränderung von Wirtschaftsweisen durch Globalisierungsprozesse, welche wiederum in komplexen Wechselwirkungen mit natürlichen Prozessen stehen. Viele dieser Themenfälle sind stark miteinander verwoben und lassen sich häufig nicht klar voneinander trennen. Wichtig zu betonen ist, dass diese Veränderungen durch ein Wechselspiel zwischen menschlichen Aktivitäten und Prozessen der natürlichen Umwelt stattfinden. Auch die räumliche Dimension ist hier hervorzuheben. Lokale Handlungen können globale Folgen haben. So hat der Kauf eines Autos mit Verbrennungsmotor in Österreich Folgen für die Bevölkerung in pazifischen Inselstaaten, dadurch dass Auto lokal CO2 produziert wird, welches global zum Meeresspiegelanstieg beiträgt. Diese Entkopplung auf einer räumlichen Ebene, also dass unsere lokalen Handlungen nicht zwangsläufig direkte Auswirkungen in unserer Umgebung haben, sondern weiter entfernt haben können, finden wir auch in der zeitlichen Dimension. Durch die Pufferwirkung des Systems Erde werden die Folgen des Klimawandels erst verzögert sichtbar. Selbst wenn wir ab sofort den CO2-Ausstoß beenden würden, wird es immer noch zu einer weiteren Erwärmung in den nächsten Jahrzehnten kommen. Die Ozeane beispielsweise können viel Wärme speichern. Allerdings dauert es aufgrund ihrer Größe auch sehr lange, bis sie sich aufwärmen. Daher hängen die Meere der globalen Erwärmung stets noch etwas hinterher. Damit würden sich die Ozeane auch dann noch weiter erwärmen, wenn wir ab sofort keine Treibhausgase mehr ausstoßen würden. Der globale Wandel ist erst in den letzten Jahren verstärkt in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Auch wenn bereits erste Überlegungen zum Einfluss des Menschen auf die natürliche Umwelt im 18. und 19. Jahrhunderten stattfand. Als Meilenstein im 20. Jahrhundert sei an dieser Stelle die Initiativen des Club of Rome genannt, der bereits 1968 gegründet wurde. Dieser Zusammenschluss von ExpertInnen unterschiedlicher Fachdisziplinen leistete einen wichtigen Beitrag, um die Themen globaler Wandel und Nachhaltigkeit in die öffentliche Diskussion zu bringen. In diesem Zusammenhang ist der 1972 veröffentlichte Bericht, die Grenzen des Wachstums, Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit zu nennen. Es wurde vermehrt deutlich, dass wir, die Menschen, durch unsere Konsumansprüche und Verhaltensmuster großen Einfluss auf die Umwelt haben und bestimmte Prozesse verändern. Dies alles hat einzeln und in Kombination auch Auswirkungen auf Naturgefahren. Wie bereits angedeutet, werden viele wichtige Themen unter dem Begriff globaler Wandel zusammengefasst. Und so gehören auch Klimawandel, Biodiversität oder Landnutzungsveränderungen, wie die Abholzung von Wäldern für landwirtschaftliche Produktionsflächen zu diesem Komplex. Auf landwirtschaftlichen Flächen werden häufig Monokulturen angebaut, welche möglicherweise einen höheren ökonomischen Nutzen haben, aber oft nicht förderlich für Artenvielfalt sind. Agrarflächen können anfälliger für Erosion und Bodendegradation sein, welche beispielsweise durch sich veränderte Niederschlagsmuster und Intensitäten ausgelöst werden können, wie Sie auf diesem Bild eindrucksvoll sehen können. Nach einem Starkregenereignis in Petztenkirchen in Österreich im Mai 2022 kam es zu großflächiger Erosion. Es ist hier gut erkennbar, dass das Material sozusagen weggeschwemmt wurde. Diese Prozesse führen zu einer nachhaltigen Zerstörung der Ressource Boden, welcher mehrere tausend Jahre benötigt, um sich wieder aufzubauen. Der globale Wandel ist einer der zentralen Herausforderungen unserer Zeit und hat Einfluss auf nahezu alle Lebensbereiche des Menschen. Es bleibt festzuhalten, dass der globale Wandel in der Vergangenheit stattfand, im Moment passiert und auch zukünftig ablaufen wird. Die natürlichen Umweltsysteme sind nur noch quasi-natürlich. Diese funktionieren weiter nach den gleichen physikalischen Gesetzen, aber zu anderen Rahmenbedingungen, die durch uns Menschen verändert werden und die dazu führen, dass sich ebenfalls Naturgefahren verändern werden.